Nicht glauben, da drunter ist immer noch André. Eins, zwei, wow, 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 boom, hier irgendwie sowas. Nein, geht das auf der Straße nach hinten los? Bam, bam. Ihr wisst einfach, Realität bei mir, ganz, ganz großer Punkt. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingestellt habt bei Kampfkurs. Lifestyle heute mit André am Start. Auch immer wieder natürlich mit in den Videos. Wenn ihr ihn nicht seht, ist er auch öfters mal hinter der Kamera, weil viele fragen auch immer, wo ist Dave, wo ist André? Kaum nehme ich einen anderen, wird immer gefragt, wo sind die, sind die nicht mehr da? Nein, natürlich sind sie immer da. Bei YouTube denken immer, alles ist sofort Beef. Ich würde sagen, wollen wir doch damit anfangen, was heute hier das Thema ist. Und zwar seht ihr schon in der Beschreibung, da steht schnelle, effektive Selbstverteidigung. Und zwar ohne drumherum Klimm, Bim, dies, das. Sondern so einfach und schnell kannst du dich selber verteidigen. Eigentlich nur mit zwei Packs aus. Und ich würde sagen, alles das natürlich nach dem Intro. Ich würde sagen, da fangen wir auch direkt an. Man mag es nicht glauben, da drunter ist immer noch André. Und zwar, wir setzen das Ganze jetzt auch fort. Und zwar wollen wir einfach mal, ja, einschlag, wird ja der wenigste tun. Hatten wir auch schon beim Messerangriff. Es wird nicht jemand nur einmal stechen. Schon ganz oft ist es so, dass Leute in einen hineinlaufen. Ja, niemand wird auch auf der Distanz stehen bleiben. Wir werden nicht so boxen, machen mal zwei Schläge. Und er wird da bleiben wollen. Ja, er wird nicht die Distanz wahren, sondern er wird in die Distanz einbrechen. Denn er wird mich versuchen überzulaufen. Denn das ist halt einfach Realität. Ja, ihr wisst einfach Realität bei mir. Ganz, ganz großer Punkt. Er wird also, wenn er schlägt, auch auf mich zukommen. Und ich muss hier richtig weit zurück. Ihr seht schon, da werde ich nicht stehen bleiben können. Weil wenn ich das tun würde, oder mach nochmal, wenn ich hier stehen bleiben würde, seht ihr, kommt er durch. Ja, und ein Packsau lässt sich halt nicht nur durch einen Wegnehmer aufhalten. Das heißt, wenn du jetzt mal mit einem Cross schlägst, schlag mal auf meine Brust und seht ihr, ich kann ihn zwar packen, aber kriege ich ihn trotzdem ab. Wenn ich meine Distanz nicht wahre, meine Safe Zone ist da vorbei. Ja, nochmal, schlag mal schneller und kommt er noch an. Seht ihr. Ja, das passiert meistens den Leuten auch im Gesicht. Die glauben einem Packsau alleine, wie man es im Training macht. Mach mal langsam Packsau. Und die denken so, oh cool, hat ja geklappt, ich kann jetzt arbeiten. Wenn sie ihre Distanz nicht wahren, geht das auf der Straße nach hinten los. Einmal Reality, einfach mal hier Real Talk, okay? Gut, deswegen muss ich ein bisschen zurück. Wenn er jetzt zum Beispiel klassisch, wir nehmen jetzt einfach mal einen klassischen Jab Cross. Ja, ich will mal von dem Bauernschwinger weg. Denn viele haben ja schon gesagt, du hast schon so viele Erklärungen gemacht, was macht man beim Hook. Aber was passiert, wenn er eine Links-Rechts-Kombo macht oder einfach nach Gerade kommt? Können wir einfach mal machen. Er macht zwei Schläge. Erstmal das erste, was ich tue, ich gehe weg. Ich bin hier, eins, zwei. Ja, das ist das erste. Ich gehe aus seiner Zone raus und lasse ihn erstmal seinem Freispiel. Ja, wenn er das jetzt schnell macht, seht ihr auch, wenn er jetzt richtig Gas gibt und richtig doll schlägt, das ist immer auch richtig wichtig bei uns. Denn, ich sage immer, Reality first. Ja, also das heißt immer, Realität zuerst. Natürlich lernt man die Technik zuerst und dann Real Speed, okay? Das heißt, ich bin hier, er schlägt und ich bin hier. Seht ihr? Ich kann hier arbeiten. Nochmal. Ich bin hier. Seht ihr? Ich gehe meinen Schritt zurück. Das ist ganz, ganz wichtig. Mein Konter ist jetzt gar nichts Irres. Ja, mach mal ganz langsam. Ich werde jetzt nicht hier arbeiten. Eins, zwei, drei, vier, bab, bab oder sonst was machen. Ja, oder hier nochmal. Ich bin hier. Eins, zwei, bab, 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 bum. Hier irgendwie sowas. Nein, werde ich absolut nicht tun. Sondern ich habe einfach hier meinen Beauty. Im Beauty stoppt sofort. Denn wir müssen auch als Frau einen Mann stoppen können, der mehr Gewicht hat. Und das können wir halt einfach, indem wir auf Teile des Körpers gehen, die nicht trainiert werden können. Das sind Augen, das ist der Kehlkopf, das sind Teile der Lippe zum Beispiel auch. Da gehen wir einfach rauf. Das ist empfindlich. Darauf gibt es die Reaktion von ihm. Und zwar, wenn ich hier bin, natürlich hat er jetzt einen Kopfschutz auf. Das heißt, ich kann kein Beauty machen. Aber ihr seht ungefähr, was ich meine. Ja, er kommt mit Real Speed auf mich zu und ich bin hier. Seht ihr? So, da wäre einfach schon hier von vornherein der Augenstich lang. Eins, zwei, bopp. Da gehe ich auf die Augen, ja. Das ist hier quasi mein Bewegungsfuß. Nochmal schnell, ich bin hier. Bamm. Ja. Nochmal. Bamm, bamm. Dann kann ich auch nachkommen. Ja. Seht ihr schon, ich habe den ersten hier. Eins, zwei, bopp, Augenstich nach Kiefer. Okay. Da kann ich sofort starten. Ich kann natürlich auch beidseitig arbeiten. Das heißt, ich kann oben und unten arbeiten. Ich kann auch hier stehen. Er kommt. Ich bin hier. Eins, zwei, bopp, bumm. Kann ich natürlich auch. Ja. Das Einfachste ist es, wenn ihr quasi Distanzen verstanden habt, quasi seine Distanz zu brechen. Wenn ich jetzt sehe, er kommt mit dem Jab Cross auf mich zu, breche ich deine Distanz mit dem Unterleibtritt. Ja. Wenn er mit dem Hook auf mich zukommt, breche ich sie. Ja. Macht er einen Low Kick, breche ich sie. Okay. Ich muss also quasi einen Jab Cross nicht unbedingt mit dem Paxer ab. Kann ich natürlich. Ja. Ich kann natürlich sagen, ich bin hier eins, zwei, bopp, kann durchtreten. Natürlich. Aber ihr seht, es ist eigentlich alles ganz easy. Ja. Versucht mal durchzukommen. Bin hier. Mal. Bin hier. Bamm, 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 bamm. Seht ihr schon? Wenn ich meine Distanz wahre und er mit Andruck mit auf mich zukommt, hat er arge Schwierigkeiten, das überhaupt durchzukriegen. Wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, vergesst nicht, den Daumen zu vergewaltigen. Ordentlich mal drauf baddern, damit das Ganze auch funktioniert. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. André, ich danke dir vielmals und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Habe ich zwar schon eben gesagt, aber ich sage es nochmal. Und wir brennen wie ne Fackel für die Leute, die so hart leben. David, gibst du uns ein Rat gegen komische Menschen, die uns zu nah treten. Auf jeden Schläger, die hart sind, wollen noch einen drauflegen. Drauftreten immer auf Schwächere, die sich aufgeben.